früher haben wir mit sperren gejagt und somit herzlich willkommen ich bin timothile von timothile fotografie wir wurden okay was heißt wir ich wurde herausgefordert von johnny den hot chip zu essen natürlich mache ich das nicht alleine wer wäre ich denn wenn ich nicht special guest den ich mit reinziehen würde das heißt wir werden jetzt ein hot chip essen nach dem all you can eat essen und wir werden das ganze natürlich abfilmen und dann werden wir sehen was geht ich habe gar keinen bock ich werde bestimmt gar nicht so schlimm weißt du was ich meine easy gory so das sieht gut aus schön weihnachtlich hier messe darf ich vorstellen das ist fisch so darf ich ihnen das aufmachen so so was haben wir hier drin auch schöne sticker candy last words also meine letzten worte sind johnny das theater ist er mal sehen möchte wie der wieder inhalt aussieht wenn man ein unboxing machen ich glaube so sieht man das sticker hier irgendwie werbung hier wird der chip drin sein irgendwie noch so ein gedöns und manche so eine jahre die handschuhe an jetzt machen wir auch jetzt das ist das käse geschmack feier ich ja gar nicht ohne der akku ist alle so nach dem katz dass sie hat den chip noch in der hand wir haben es noch nicht drauf gekippt auf jeden fall fahrt sieht er stinkt weil du mal klick das hier unter und kippt es dann drauf also wenn der geschmack so ist alter nur kotze ich vom geschmack bei mir ist ein stück ab das liegt hier drauf aber was sie ist einfach so ein berg voll mit pulver ich hab hier versucht jetzt nur schon mal hier ist ein bisschen was kinder wenn ich mehr rauskomme anstoßen jetzt auf uns meine letzten worte sind jasmin äh ich liebe dich nein ich glaube ich sagen bitte ich gebe dir ich meine ich mache ich mache ich nehme ich bin ich mache es kann es kann ich könnte ich bin ich kann ich kann Ohhhhhhhhhh Ja. Oh, das ist das schon immer noch. Oh. Oh, mal trinken Kouya. Das wird auch schlimmer. Tschöli. Und jetzt kommt der Schaf. Oh, oh, oh. Na was die, Potsen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das? Alter, uh, das brauch ich nicht, oh, fuck, wenn du Schlucken von der Milch nimmst, dann geh jetzt. Wow, das ist so schön. wow 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 Ja, das ist ja. Wow. Wie würde Johnny sagen? Das war's. Das ist das. Ich muss kurz Cut machen, sonst geht die Kamera von alleine aus. Ja, das macht die manchmal. Fuck. Oh, übel Leute, übel. Wow. Ich hoffe, als der Burger, die du gegessen hast, definitiv. Klasse. Klasse. Wie hast du ausgespült? Mit kaltem Wasser oder was? Oh. 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 Wow. Ich kann nicht mal so viel Milch trinken. Boah, Alter, das ist noch eine Scheiße. Bei dir hat es ein bisschen kreislaufmäßig gut durchgezündet, bei mir nur Maul. Man muss sagen, wir haben den schnell gespürt mit Milch. Ich habe gemerkt, da ist wirklich die Grenze. Ja, was soll ich sagen? Also das war auf jeden Fall das Schärfste, was ich bis jetzt jemals gegessen habe. Du? Ja. Ja, ich glaube, so viel passiert nichts mehr. Du warst hier hart am Schwitzen, Alter. Verrückt, Junge. Ja, viel passiert nicht mehr. Äh, fuck. Das war krass. Äh, ja, wir mussten schnell spülen. Es war einfach so, wortgehalten. Wir haben gegessen. Ähm, ja, aber nochmal mache ich das auf jeden Fall nicht. Also das war, das war wirklich. Gemütlich hier auch sitzen und Milch trinken. Äh, äh, äh. Also wir schreiben es jetzt. Äh, kann man gar nicht lesen. Hallo. Ja, perfekt, Digga. Man kann es nicht lesen. 20.40 Uhr. Was, dir geht es langsam besser? Die Schweißperlen sind nicht mehr so groß auf das Stören. Mir geht es auch jemals gut. Aber hättet ihr den Berg gesehen, den er einen Pulver da drauf hat, er einfach geisteskrank. Ah, ihr habt einen Typ auch gegessen. So ist er nicht. Also kommt, ey. Ich habe ihn ganz gut weggesteckt, würde ich mal fast schon sagen. Aber, ich muss sagen, Das würde ich nie wieder machen, ehrlich. Nie wieder. Das war das Schärfste. Das Allerschärfste. Was ich jemals gegessen habe. Aber ich freue mich drauf. Die Nominierungen sind hier raus. Noch mal zu. Na, wiederholen. Ah ne, ich verlinke euch einfach bei Instagram. Habt euch gezündet. Peace. Ich will raus. Scheiße, Alter. Und das nach dem Essen irgendwie so voll. Wir haben vollen Bauch einfach, Alter. Ich dachte eben gerade, ich muss nicht von dem Chip kotzen. Ich muss von der Milch kotzen. Weil so viel, ich trinke nie Milch. Und dann war ich so viel. Aber, naja. Was willst du sagen? Kommt. Scheiß drauf. Wuii. Gemattet. Leid schärf, mein Baby. Mach raus jetzt, ihr Brotz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.